Einen wunderschönen Guthaben, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uldi von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. An meiner Seite natürlich wieder der Juteste Jansen. Tagchen. Hallo zusammen, hallo Uldi. Da ich ja eben eine mächtige Klatsche gekriegt habe beim Armdrücken, will ich natürlich jetzt umso motivierter, diesen komischen Rail zu finden und ihn mal eben kurz übers Geländer zu halten. Ja, du, wie gesagt, da muss schon eine Maschine kommen, gehen Ersatzteile, verstehst du das? Und mit deiner Nase, nur weil du eine große Nase hast, heißt das ja auch nicht, dass du die Muckis hast. Oder gar keine Zeit. Ich hab ihn dann wieder. Verstand und Muckis ist bei mir, bei dir ist nur Nase. Du merkst eigentlich gar nicht, dass ich dir überhaupt nicht zuhöre. Nö. So. Hey, du da drüben, du weißt, wo der Vorsitzende ist? Nein, ich habe ihn schon lange gesehen. Kannst du ihn von da drüben sehen? Sind du schuldig? Ich kann nicht schuldig von da drüben sehen. Ich will einfach runterkommen. Hör, lass uns gehen. Geh, stehe da drüben. Wird die alle nett? Okay, ja, ich komme ja schon, mein Gott. Du bist jetzt junger, ey. Kannst du es aber jetzt sein Kind? Kannst ruhig kurz zu mir sagen. Warten. Ich hab das verdient, Freunde. Ich hab das verdient. Es ist zwei hier. Ich habe dir gesagt, es müsste vier. Nö, 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 nö. Was ist das? Nö, 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 nö. Was, denk du mal. Mit dem Pornobalken in mir nicht. Wohin. Hey, das ist ein einfacheres Thema. Gleiches Thema. Ich bin sicher, dass wir es entschieden haben. Du bist fünf. Geh, geh. Aber, Sir. Ah, ich wusste, dass er die letzte Mal auch jagen müssen. Oh, Gott. Hä? Wie schnell ist denn der bitte, Alter? Hey! Die kommen jetzt hier lang. Ach, da rüber. Hey, Asshole. Ah, das ist eine Leiter. Oh, Mann. Oh. Was ist denn jetzt? Ich bin, äh, vom, vom Ghost gefallen. Ja. Sag ja, Muckis. Hast du nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Was machst du da eigentlich? Du, äh, verstehst du das? Ah, shit. Und er fährt da janzig müdlich mit dem Fahrstuhl. Ich sage, ey, ich renne wie ein Ochs hier. Hey, Asshole. Vom Gerüst gefallen. He, he, he. Du hast doch einen Widerhaken im Gesicht. Das ist ja halten. Stimmt. So, jetzt habe ich ihn gleich. Mann! Ah, ja. Wenn du was kannst, dat kannst du. Ja, aber Uli konzentriere dich nochmal. Ja, muss schon sehr. Ich habe einen Ghost fallen. Eat, shit. Oh, shit. Wisst ihr, er fährt ja die müdlichen Fahrstuhl und die erste Aktion in den Maststurz ab. Ja, und weißt du warum? Aber weil du kannst, ja. Was du dir erst. Ja, ja. Hey, Asshole. Wo, 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 shit. Einfach X. Jawoll. Alter, der ist aber auch schnell, der Dicke, ja? Ja. Alter, ich sehe ihn. Du bist mir, Wade. Alter, krass. Ich bin ganz nah hinter ihm, aber... Nein, er ist hier hängen geblieben. Hey. Hey. Hey, die fucking Dumbnuts. Oh, nein. Jetzt fahren wir alle hoch. Ja, runter kommen wir ja von alleine. Ja. Toi, wo ist er hin? Okay, jetzt müssen wir ihn suchen, wa? Hier. Nase raus, schnüffeln. Ja, warte. Ja, und? Ja, hier lang. Du siehst ihn? Nein. Wo ist er, Alter? Irgendwo auf dem Kackhaus ist er. Ja, ja. 100 Pro. Oder hier drinne. Ich sag, der sitzt auf dem Scheißhaus. Bestimmt. 100 Pro. Oder da hinter. Oder da hinter. Nee, da ist nur Suff drinne. Komm, kicken wir mal auf dem Kackhaus nach. Der sitzt bestimmt auf dem Scheißhaus. Entschuldigung. Sorry about that. Besetzt. Scheiße, Alter. Wo ist der Huhn? Hier bestimmt. Auch nix drinne. Gibt's doch nicht. Wo ist er? Du hast ja noch ne andere. Ey, lauf mir nicht in meine Bahn. Ruhe. Hier ist noch ein Container. Let's check it out. So, hier ist noch ein Container. Hey, er ist hier. Da ist er, da ist er. Hilfe, wir müssen ihn öffnen. Ich... da bist du auch hier bist, ey. Echt Scheiß, Leo. Du hast einen Scheiß von Scheiß. Ich werde dich töten. Hey, Vincent. Listen. Ich habe eine Idee. Wir nutzen diesen Kran da. Ja, okay. Aber wir müssen mit dem Kran irgendwas machen, glaube ich. Okay. Okay. Geht's nicht weiter? Komm kann doch nicht machen. Herzig. Oh, warte. Mit der Axt, ich sag ja. Zack, kriegst du erstmal ne Schelle. Wie schnell ist dieser Pisser, ey. Oh, ich schwing das Ding jetzt rüber. Oh, der ist unten auf dieser Plattform. Du musst da rüber, über die Treppe. Da hoch, ja. Leider. Ich hab ihn. Was denkst du, du gehst? Alter. Was? Jetzt musst du da rüberjumpen wahrscheinlich. Ja, das muss ich runterfeilen, den Typen, Alter. Da haben wir nix davon. Oh. Geht ihn weg! Geht ihn! Alter, der ist gut, wa? Ja, echt. Alter, der hängt ja tatsächlich runter. Ich sag ja, geil. Alter, wie krank ist er denn drauf, ey. Ja, wir müssen ihn jagen jetzt hier irgendwie. Mich abschneiden am besten. Ja, ja. Scheiße. Ja, soll er mal die Treppe hier hochkommen? Ja, kommt da, kommt da. Kann nix machen. Wir müssen den Weg abschneiden, ja. Wir müssen den Weg abschneiden, ja. Pass auf, der kommt jetzt hier lang, ja. Wunderbar. Schnell wie ein Wiesel, Alter. So, jetzt haben wir n Ray. So, Ray. Jetzt hast du aus... gespielt. Ausgelaufen, wie gesagt. Ja. So. So. Jetzt wird die Verräter dann irgendwie so weiter. Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah, me too. Let's see if you talk or not. He's about to get a real shock. I could use this. Oh. A lamp? You're gonna put the light in my eye? Is that your bright idea? This is gonna hurt, smartass. Bнутin my face. In the ocean. Start talking. Please stop. Ok, let's do it And now? Speak with him! Wait, I need to jump him first. Where is he? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Du bist ein verdammt verdammt verdammt! Ah! Ich weiß nicht! Stopp! Fuck you! Ah! Listen zu mir, du piece of shit! Ich will fucking break your nose! You better start talking! Komm schon, Mann! Not my nose! Komm schon, Mann! Ich weiß nicht! 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 Ich könnte ihm einen guten Scare geben. Nö! Schweißbrenner nehmen wir zum Schluss. Nehmen wir erstmal hier die. Was ist denn mit der Gatebörse? Ich kann nicht! Kann man mit der Gatebörse machen? Warte mal! Ich hab hier noch! Ich hab hier nach. Oh! Ich weiß nicht! Klarer! echt mal die knarre ist mir bescheuert auch mann da hat das aber wieder ist ein ding ok ich bin der profi hier in autoknacken was kommst du auch aus ich habe einen Kontakt, der uns nach Mexiko fliegt aber Autofahren kannst du nicht das ist gut und ich habe eine Idee, wie ich diese Schäden bekomme aber wir brauchen Geld wir können nicht riskieren eine Bank es gibt viel einfacher Pläne, um die Banken zu schäden wie was oh yes also, jetzt müssen wir irgendwas überfallen auch noch das, wir müssen an Kohle rankommen, Freunde an Kohle knatter genau Tankstelle, aber ja, ok ja, ok gas station du denkst, sie haben genug Geld? sie besser haben ich nicht nach Harvey mit nur einem Handgun ja, naja ich glaube, es gibt nur eine Art und Weise, um herauszufinden ok, dann du bereit? ja warum kannst du mir die Schäden was? du sagst du sagst wir müssen eine low-profile das ist wirklich nicht dein Ding ich sage, wir machen das die schnellste, Mann nur in und aus ich sage, wir machen das die einfachste auf jeden Fall, lasst uns nicht sehen ruhiger Weg oder? sicher blowing probiere mal Hey, was hast du da? Was sieht es aus, Mann? Keine Geleihensamkeit. Was macht er hier? So. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Kaugummis. Erstmal ein Bubbelgum nehmen. Oh, doch nicht. Schau, ich wollte dich nicht schrauben. Na ja, du hast es. Entschuldigung, okay? Es wird nicht wieder passieren. So, du Hose. Oh, du Hose. Warum? Ich denke, ich kaufe dieses Ort. Was? Dieses Ort? Ich denke, es ist für Verlust. Alles ist für Verlust. Ja, tatsächlich. Was sagt er? Kaugummis, gerade bei dir nicht zugehört. Äh... Ja, aber nur, wenn ich mir erzähle, dass ich in den Laden kommen will. Aber ich habe das Telefon mal eben sabotiert. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, wir müssen hier... Es sind zwei Leute im Laden. Der eine könnte flüchten. Der alte... Keine Ahnung. So, soll ich das Ding übernehmen mit der Knarre? Ich werde die alte mal. Guten Tag sagen. So. Soll ich den Raubüberfall starten? Oder nur umsehen? Soll ich den Raubüberfall starten? Oder nur umsehen? Hör dich selbst raus. Hä? Du? Ja, einfach lass mich... Ja, wir gucken noch mal rum. Vollshalber. Lieber noch mal ganz genau gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Hey Mann! Wie geht's? Ich bin gut. Es ist nur, dass alles kostet ein Arm und ein Leg in hier. Du weißt, ich denke, da gibt es eine Verkaufstelle in der Straße. Viel cheaper. Oh wirklich? Da gibt es? Ja, ja, ja. Es ist ungefähr eine 10-Minute-Walk von hier. Du folgst einfach den Weg nach dem Weg. Ah, das ist großartig. Danke für den Tipp. Der geht jetzt zum Beispiel. Weil irgendwo anders günstiger ist. Der andere geht nicht. Wir sind gleich alleine. Der andere geht gar nicht. Er will aber schon was klauen hier. Okay, dann halte du den unter Schach. Und ich werde hier einen Raubüberfall machen. Ja. Oder? Ja. Warte mal, ich gucke nochmal, ob wirklich nichts mehr ist. Ah ja, ich versuche halt. Sind wir schon mal eh eine Sorge weniger? Hoffentlich kommt er nicht gleich nochmal wieder. Wo war der Weg nochmal? Ah, okay. Ich lege los. Brauchst du kippen oder so was? Du wirst mich öffnen. Du wirst dein Zeitraum. Es ist kaum Geld drin. Lass mich der Judge davon sein. Öffne es bitte. Hier, schau. Hey! Stay da! Geh mal hinten rein, ja? Ja. Let me go! Leo! Get over here! Ach! Und schon kriege ich ihn noch voll rüber. Ja, ich komme. Du musst mal kommen. Renn noch! Ich kann nicht rennen. Jetzt geht's erst. Klar! Alter! Nur noch die Waffe, du. Followerst. Na. Ich konnte eben nicht rennen. Das war genauso. Ja, 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 ja. Oh. Du bist ja gleich hier. Ich hab ihn! Lass mich gehen! Leo! Ich geh! Geh über hier! Schau die Klärchen. Du kannst einen Bewegung machen. Ja, ich kann schon wieder nicht laufen, Mensch. Oh, die hat ne Knarre. Gut, das war... Ja, du bleib mal locker. Verstehst du das? Wir brauchen die Kombination. Ich habe es nicht. Ma'am? Du siehst wie eine smarte Frau. Gib mir die Kombination. Okay. 1-3-7. 1-3-7. 1-3-7. Oh. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht laufen, ey. Komm zum Auto schnell. Ja, ja, ja. Jetzt geht's wieder. Weck die Chance. Oh, ist das spannend. Und wieder sind die Bullen uns auf der Fersen. Ich glaube nicht. Entschuldigung. Ja. Ja, ich weiß, was das ist. Versteigt. Dann haben wir zwei Waffen, ne? Übrigens. Eigentlich. Ja, ja. Ja, richtig. Aber wenn ich nicht alles selber an der Hand habe, dann ist es immer schwierig. Ja, das stimmt allerdings. Okay, wird es mir auch gesagt. Oh, wir haben mein neues Dach fertig, oder? Mhm. Jasmin. Du bist gut? Ich bin gut. Wer ist das? Jasmin. Oh, er ist mit dir. Ja. Ich bin Vincent. Oh, hallo, Vincent. Wie schön dich zu treffen. Du bist ein verdammter Idiot. Was? Warum nicht du deine ganze Familie in der nächsten Mal? Ich bin weg. Hey, was ist mit dir? Was ist mit mir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Du denkst, dass ich hier kreischen? Listen. Ich habe dir gesagt, ich mache nichts mit anderen. Und dieser Mann? Er sieht wie ein anderer zu mir. Hast du ein Problem mit mir? Ja, ich habe ein Problem mit dir. Hast du ein Problem mit mir? Was ist mit dir? Wer ist der Mann? Woh, 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 woh. Put the gun down. Jasmin. Put the gun down. Come on. Ich habe gesagt, er ist mit mir. Wir machen das einfach, schnell und schnell. Außerdem, du mir einen verdammt, oder? Erinnerst du? Okay. Aber es ist die letzte Mal. Und dann sind wir einfach. Was ist mit mir? Das sollte mehr als genug sein. Hurry up. M16. Kannst du zur Seite gehen, damit ich auch was sehe? Ich nehme die hier. Sturmgewehr. Das war klar, ey. Na ja, Loxen. Ich kann keine nehmen. Was? Klar. So. Was nehme ich denn? MP? Alright. Was kannst du tun, mein alter Freund? Perfekt. Let's see what these guns can do. Lots of empty houses here. Let's shoot at them. Viele schöne Sachen da, ne? Ja. Schroti, what clean it. Wir können sie wirklich ihn auf Rambo machen hier. Zack. What's this? Feels light. I gotta try this. Nice nice. Hey Leo. Ready to leave? So. Können losfahren. Ja, warte. Let's try the guns. Lots of things to shoot at. Ich nehme die hier. Ah, perfekt. So. Oder? Ja. So. Bewaffnet sind wir. Auf geht's zu Harvey. Nee. Schau, dass da kein Schalldämpfer dabei war oder so. Ja. So. Die ruft erstmal schönen Johnny. Hm? Mhm. Ah, ja. Five Lakes Hotel. Motel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hotel und Motel? Ja. Ah, ja. Verstehe. Pool, Eis, Air Conditioning. Boah, ey, die petzt du uns. Ich wusste es. Ich wusste es. Hey, es ist mir. Ich habe ein paar Informationen über Leo. Okay. Du kennst wo er ist? Ich habe ihn gerade gesehen. Gib mir seine Position. Natürlich. Aber es wird kostenlos. Keine Worte. Aber es wird kostenlos. Keine Worte. Ich verstehe. Gut. Ich spreche später. Harvey. Harvey. Was ist passiert? Ich habe ihn gefunden. Gut. Also, klar. Also, sicher, dass wir unseren besten Mann auf das. Ich will ihn tot. Du verstehst? Ja, Boss. Okay, aber Harvey weiß wahrscheinlich noch nicht, dass wir zu zweit sind. So ist es? Es wird immer nur von dir gesprochen. Und ihr Kind kommt. Unser Kind kommt. Uli, wenn man dich mehr braucht, bist du nicht da, ne? Ja. Ja. Mein Name ist Carol Moretti. Ich bin pregnant. Und ich denke, ich gehe in die Arbeit. Und ich bin allein. Und ich bin allein. Witz und Flanke haben. Äh, hihihi. Und ich weiß nicht, ich bin anhörig. Okay? Okay? Ja. Weil die wahrscheinlich jetzt nicht zu Hause sind, müssen wir die noch im Krankenhaus besuchen und so halt so Geschichten wahrscheinlich. Kannst du meinen Telefon anbieten? Hast du sicher, dass du uns ein Flugzeug hast? Ich hoffe sicher. Ja, ich auch, Mann. Ich will nicht nach Mexiko gehen. Ein Theater. Aber bevor wir telefonieren... ...würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ist nämlich schon wieder so weit, liebe Freunde. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen für's Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über Bewertungen und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Ja, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ein kostenloses Abo da. Dann seid ihr aber auf dem neuesten Stand. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit dem Jan an meiner Seite. Bis dahin, immer schön lecker bleiben. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Musik